Was stelle ich heute vor? Ich stelle ein Projekt der NET-Idee vor. Ich habe 2016 ein Projekt bei der NET-Idee eingereicht und möchte euch dementsprechend ein wenig darüber erzählen, von der Idee weg bis zur Umsetzung, wie die Wege gegangen sind, was die Stolpersteine waren, was die Erfolge waren bei dem Projekt. Einfach ein bisschen, dass man ein Gefühl bekommt, auch wie kann man so ein Projekt aufsetzen, was sind so wichtige Kriterien davon. Einfach so ein bisschen einen Blick inside von IoT AirClean. Wo starten wir zunächst? Wir starten dementsprechend dort, wo alles begann, wo die Idee den Ursprung gefunden hat und gehen dann weiter fort in die Richtung, was ist zur Umsetzung notwendig gewesen, welche oder welche Dinge sind zur Umsetzung immer noch notwendig. Wir werfen auch einen kurzen Blick auf die Systemarchitektur von diesem Projekt und werden dann weiter am Ende nur kurze Demonstrationen ansehen. Ich zeichne auch hier quasi diese Hauptdaten auf, betrifft quasi die Luftmessung in diesem Raum und wir werden dann zwischendurch bzw. am Ende sehen, wie sich quasi die Luftqualität in diesem Raum verändert hat. Kurzer Einblick zu meiner Person. Ich heiße Michael Ulm. Überblick zu meinem Werdegang und auch wichtig zu wissen, wie ich dann auf die Idee gekommen bin. Ich habe vor einigen Jahren auf der FAO Neum gestartet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin mittlerweile dort Hochschullektor, unterrichte auch im Software-Engineering-Bereich, bin auch in der Wirtschaft tätig mit einem kleinen Unternehmen in der Steiermark und zusätzlich auch in der Erwachsenenbildung am Wifi Steiermark tätig bei Lehre mit Matura. Und genau diese Punkte hängen eigentlich auch dicht zusammen bei diesem Projekt, bei dieser Projektidee, weil die Idee kommt eigentlich aus dem Bereich, aus dem Unterrichtsbereich, aus dieser Notwendigkeit heraus, den Unterricht ein wenig noch verbessern zu wollen. Wie da meine Gedanken waren, komme ich jetzt einfach die nächsten Schritte dazu und erkläre kurz die Unterrichtssituation, wie man auf diesen Punkt eigentlich kommt. So wie hier, gibt es bei Unterrichtssituationen verschiedene Räume. Klassisch, ein Hörsaal, sehr groß, sehr viele Personen Platz, eine andere Umgebung als zum Beispiel ein klassischer EDV-Raum, wo zum Beispiel die einzelnen Geräte in der Schule nacheinander dastehen, auch gleichzusetzen mit anderen Seminarräumen, zum Beispiel wie mit einem Besprechungsraum, ist das Szenario ein wenig anders. Dennoch eine bestimmte Größe, wo dann eine bestimmte Personenanzahl ganz einfach Platz hat. Im Vergleich ein anderes IT-Labor, wo dann noch zusätzliche Infrastruktur vorhanden ist, wo zum Beispiel noch Geräte vorhanden sind, was zum Beispiel Wärme und andere Faktoren im Raum beeinflussen können. Der zweite Punkt bei einer so typischen Unterrichtssituation ist dementsprechend auch die divergierende Personenanzahl. Das kann beginnen bei zwei Personen, zum Beispiel Schulunterricht, natürlich in die Richtung mit mehreren Personen, sagen wir mal wie in diesem Raum. Oder es werden dann auch immer mehr Personen bis hin zu einer gesamten Hörsaal-Situation, wo mehr und mehr Leute natürlich auch mehr Sauerstoff benötigen. Der dritte Faktor, den man hier nicht vernachlässigen sollte, ist auch die Zeit. Unterricht, wir kennen es entweder aus Schule, Studium, Weiterbildung, beginnend von einer Stunde, zwei Stunden, klassische Zeiten für Vorlesungsblöcke oder für Unterrichtseinheiten bis hin zu Tagesworkshops, wo natürlich auch Pausen gemacht werden, in unterschiedlicher Menge, je nachdem, wer vorträgt, wie die Teilnehmer es sich wünschen, beziehungsweise wie es die Rahmenbedingungen hergeben. Alle zusammen, alle Situationen, alle Kombinationen haben aber trotzdem einen Faktor gemeinsam, den mich dann auf die Idee gebracht hat, so ein Projekt anzugehen, und zwar die schlechte Luft. Ich möchte ein bisschen erklären, warum schlechte Luft. Situationen, egal wie sie sind, das kann sich auch hier in den nächsten Minuten eigentlich auch verändern, ich sage mal in mehreren Minuten. Irgendwann geht man vielleicht hinaus, je länger die Situation ist, desto wahrscheinlicher ist, dass eine Person hinausgeht, ob das jetzt was zum Trinken holen ist oder der klassische Gang auf die Toilette zwischendurch einmal. Es vergeht einige Zeit, benötigt nicht einmal eine Minute, nicht einmal zwei Minuten, man kommt dann wieder in den Raum zurück und bitte kurze Handzeichen, wer das dann erlebt hat, dass dann wirklich im Raum noch gute Luft vorhanden war, eher stickige Luft, wenn der Vortrag lange gedauert hat, beziehungsweise der Unterricht zu lange gedauert hat. Meistens vergisst man aufs Lüften, beziehungsweise einmal eine Pause zu machen, Teilnehmer drängen dazu, bitte machen wir keine Pause, legen wir die Blöcke zusammen, hören wir früher auf. Das sind alles Faktoren, die dementsprechend sich negativ auswirken auf das gesamte Raumklima, sprich auf die Luftqualität. Und das ist eigentlich auch die Idee zusammengefasst. Es gibt bestimmte Lebenssituationen, egal ob das eine Unterrichtssituation ist, eine Seminarsituation, Workshop, Wohnräume, Arbeitsräume, überall habe ich irgendwo eine bestimmte Raumgröße, bestimmte Menge an Personen, die es beeinflussen, wie sich die Luftqualität in den nächsten Minuten verändert. Daher meine Idee mit IoT, mit Internet of Things, Daten zu messen, hier ganz speziell die Luftqualität, war für mich zuerst ein Fragezeichen, wie misst man das? Wie kann man das jetzt wirklich greifbar machen und erklären, wann ist gute Luft, wann ist schlechte Luft vorhanden? Dann dementsprechend die Daten auszuwerten, wann soll gelüftet werden? Bevor es zu spät ist. Danach bringt es nichts mehr. Weil wenn bereits dieser kritische Punkt erreicht ist, wo die Luftqualität stark abnimmt, dann hat es auch Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit, auf die Leistungsfähigkeit der Personen. Und das ist genau der Punkt, wo ich als Hochschullektor, als Lehrender an verschiedenen Bildungseinrichtungen immer zu tun habe und hatte, dass ich jetzt da selbst nicht gemerkt habe, es ist schon schlechte Luft darin. Es wird zwar wärmer, aber dadurch, dass man jetzt da selber in dieser Situation ist, ist das eine stufenweise Anpassung, die einem es nicht ermöglicht, diesen gravierenden Unterschied sofort zu merken. Also man lebt eigentlich mit dieser Situation. Und daher die Idee, irgendwas zu entwickeln, das mich informiert und mir ein Zeichen gibt, ein Signal übermittelt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo es noch rechtzeitig ist, zum Beispiel zu lüften, eine Pause durchzuführen, bevor die Aufmerksamkeitskurve sinkt. Schlussendlich ist es auch interessant, diese Daten zu visualisieren und Daten miteinander zu vergleichen. Wie hat sich das in einer Situation entwickelt, vergleichbar mit einer ähnlichen Situation? Das heißt, ich kann dieses Tool auch in verschiedenen Unterrichtssituationen einsetzen, fortlaufend bei einem Workshop zum Beispiel und kann darauf dann auch speziell eingehen, wie sich die einzelnen Situationen verändern. Dann war es natürlich auch notwendig zu analysieren, was ist jetzt zur Umsetzung notwendig? Ich habe eine Idee, was brauche ich dazu? Ich brauche Personen, die das umsetzen. Also Man- oder Woman-Power dahinter, die mich unterstützt oder ich alleine, die das Projekt umsetzen. Was benötigt man meistens noch? Zeit. Zeit benötigt man, um diese Umsetzungen durchzuführen. Ich habe einmal eine grobe Kalkulation durchgeführt. Ich habe mir gedacht, ja, in ca. einem Jahr mit einem Aufwand von einem Tag pro Woche könnte man so ein Projekt umsetzen. Jedoch diese Ressource muss auch irgendwo gewonnen werden. Insbesondere, wie ihr vorhin gesehen habt, als Hochschulektor tätig, dann zusätzlich um Unternehmen. Zeit kann ich auch nicht verdoppeln. Also muss auch irgendwie die Möglichkeit geschaffen werden, diese Zeit irgendwo unterzubringen. Schlussendlich Geräte und Sensoren für diese Projektumsetzung. Die sind aber, sage ich mal, das kleinere Übel, die sind von der Kostenstruktur her sehr gering. Alles miteinander Ressourcen, die man für dieses Projekt eigentlich berücksichtigen muss oder auch generell für Projekte. Man kann natürlich die einzelnen Faktoren austauschen, je nachdem, was man benötigt. Für dieses IoT-Projekt waren eben diese drei Ressourcen ausschlaggebend. Aber doch das Wichtigste, was ist jetzt mit der Idee? Ist die Idee wirklich sinnvoll, ist sie nicht sinnvoll? Deswegen auch der nächste Schritt, eine Evaluierung der Idee selbst durchzuführen. Wie sieht so etwas aus? So wie ein bisschen falsche Reihenfolge geklickt. Man redet unter anderem mit Kollegen. Das Schlimmste ist, was ich auch mehrfach bei verschiedensten Projekten erlebt habe, die Projektidee behält man für sich. Man redet nicht mit den anderen Personen, weil die Idee könnte ja gestohlen werden. Man kennt das vielleicht aus einem eigenen Kreis. Ich behalte es für mich, vielleicht ist es ja nicht gut, vielleicht möchte ich mich nicht blamieren. Ich bin aber sehr aktiv hinausgegangen, habe mit Kollegen darüber geredet, habe mit Freunden, Familien gesprochen und habe gesagt, das ist mein Vorhaben, das möchte ich gerne umsetzen. Was halt sehr davon? Sehr gut angekommen, insbesondere bei der Zielgruppe, die im Bildungssegment vorhanden sind, die eben auch immer wieder diese Situation erleben. Also Feedback einholen, bevor überhaupt so eine Idee gestartet wird. Wichtig ist dabei, auch die Zielgruppe genau zu definieren. Viele machen den Fehler, dass man sagt, ja das braucht eh jeder. Jeder ist keiner im Umkehrschluss. Also die Zielgruppe muss irgendwo herausgepickt werden und analysiert werden, bevor überhaupt man mit der Umsetzung startet. War für mich auch eine wichtige Phase. Ich habe auch begonnen mit drei, vier Zielgruppen, habe das dann weiter eingeschränkt und mich auf die Zielgruppe eben im Bildungssegment fokussiert, um diesen speziellen Bedarf zu decken. Was ist das eigentliche Problem? Ist klar definiert. Das Problem ist, dass man nicht aktiv selbst erkennt, wann schlechte Luft vorhanden ist. Die Lösung, kurz beschrieben, ein Tool, das die Daten misst und mir vorab eine Berechnung durchführt, einen Forecast durchführt, wann der perfekte Zeitpunkt zum Lüften wäre. Wir haben übrigens noch eine relativ gute Luft drin. Mein Blick auf die Status-Leads da vorne bei dem kleinen Kästchen, was ich mitgebracht habe, zeigt es noch grün an. Ich kann es kurz herzeigen. Ist dementsprechend der aktuelle, fertige Prototyp. Machen wir es so vielleicht. Vielleicht bleibt es so stehen. So, können wir ein bisschen beobachten, ob sich da im Laufe der Zeit etwas verändert. Dieses Läd wird sich eigentlich alle 30 Sekunden ändern. Solange es grün ist, denke ich mir, wird uns nichts passieren. Es passiert auch nichts beim orangen Zustand. Also ist nur für uns ein bisschen das Zeichen, dass wir einmal in die falsche Richtung gehen, dass wir vielleicht schon zu lange benötigen. Das könnte in dem Fall von den 55 Minuten möglicherweise eintreten. Je nachdem, ob jetzt noch mehr Personen kommen. Das alles hat dann eigentlich auch zur Einreichung bei der Net-Idee geführt. Ich habe die Erstevaluierung von meiner Idee durchgeführt. Jetzt habe ich gesagt, es gibt hier eine große Fördermöglichkeit in Österreich, um solche Internetprojekte zu fördern, die eben auch in diesem Jahr den Themenfokus mit IoT hatten. Ich hatte das Glück, unter den Gefördernden dabei zu sein. Ich wurde ausgewählt. Und für mich war es auch ein Zeichen dafür, dass meine Idee als brauchbar, als gut, als nützlich evaluiert worden ist von Personen, die mich gar nicht mehr kennen. Also ich habe das schon einmal gut verkaufen können, diese Idee, damit ich diese Umsetzung starten kann. Jetzt gehen wir ein bisschen näher ins Projekt hinein. Ich gehe ein paar Meilensteine durch, die ich im Projekt gesetzt gehabt hatte und erkläre ein paar Punkte bzw. ein paar Eckpfeiler, wo es wirklich wichtig war, neue Ideen hineinzubringen bzw. über das Projekt zum Teil nachzudenken. Das ist eigentlich der erste Meilenstein schon gewesen mit dem Projekt Start, mit dem Kick-Off-Meeting, mit diesem Kick-Off-Workshop in Wien, wo dann nicht nur die Zustände, die Jury vorhanden war, sondern eben alle Net-ID-Geförderten und auch die Net-ID-Alumnis, also die, die Jahre davor gefördert wurden. Ein reger Austausch war eigentlich wichtig, um dieses Projekt dann auch vorantreiben zu können. Man hat über die Idee wieder erzählen können, man hat einen neuen Input erhalten, man hat hier noch weitere Fachkräfte und Experten vor Ort gehabt von verschiedenen Themenbereichen und so habe ich dann auch in dieses Projekt dann wirklich starten können. In weiterer Folge war dann auch dieses regelmäßige Treffen, dieses regelmäßige Austausch, insbesondere bei Open-Source-Projekten, sehr wichtig, um nicht im, ich sage immer, eigenen Sumpf herumzuentwickeln, sondern einmal die Idee wieder einen Zwischenstatus zu präsentieren, wieder neuen Input hereinzubekommen und wieder sich mit Personen oder mit alten Bekannten oder mit neuen Personen weiter auszutauschen. Wie hat dann die Entwicklung tatsächlich gestartet? Ich habe jetzt einmal ganz simpel begonnen mit einem Development Board, mit sogenannten Group-Boards, wo dann die Sensoren auf einen Arduino platziert werden konnten. Also ich habe jetzt noch nicht irgendwie wirklich irgendwas löten müssen oder irgendwas selbst verkabeln müssen oder zusammenbauen müssen, sondern habe eigentlich nur noch wie Lego die Teile zusammengebaut und habe dann einmal mich auf meinen Kernbereich, den ich eigentlich schon mitgebracht habe, in die Softwareentwicklung stürzen können. Ich habe die Daten ausgelesen und habe damit auch in Richtung zweiten Meilenstein arbeiten können und einen ersten Sensorknoten entwickelt, der mir die Daten ähnlich wie dieses Kästchen da vorne, also die Sensorbox, wie ich sie nenne, dann auch in einer bestimmten Art und Weise visualisiert. Damals war es halt noch mit einem Balken, wo ich dann bestimmte Grenzwerte gesetzt habe und eine erste Analyse durchführen konnte. Gut, ich habe einmal Daten gehabt, diese IoT-Daten von meinem Umfeld, habe aber noch nicht mit einem zentralen Punkt vernetzt. Der nächste Punkt war auch einmal, diese Daten weiter zu analysieren. Ich habe diese Sensorbox weiter ausgebaut, dass ich hier einerseits eine Datenaufzeichnung gehabt hatte und einmal auf eine einfache Art und Weise die Daten visualisiert habe für mich, um eine weitere Analyse zu starten. Ganz klassisch sage ich dazu, in Form von einem CSV und der Visualisierung mit Diagrammen, wie man es bei anderen Projekten vielleicht auch kennt. Es hat sich dann aber dadurch schon herausgestellt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, da ich hier diese Daten gut miteinander vergleichen konnte. Einerseits die CO2-Werte, andererseits die Temperaturwerte, wo ich dann auch erkannt habe, wenn ich diese zwei Werte miteinander auch parallel vergleiche, sehe ich, ob diese Daten wirklich zusammenpassen. Temperatur und Luftqualität, also quasi der CO2-Wert, hängen dann doch in einer bestimmten Art und Weise zusammen. Das Gleiche auch in Richtung Luftfeuchtigkeit, ist dementsprechend etwas hinuntergegangen, ist aber dann weitgehend stabil. Dieser Punkt hat mir aber gezeigt, dass eine Vernetzung von IoT-Geräten notwendig ist. Der Aufwand, diese Daten auszulesen, war eigentlich recht mühsam. Jedes Mal messen, abstecken, überspielen, auswerten und das immer wieder im gleichen Regelkreislauf, war dann doch nicht der ideale Weg, wo ich dann bestimmte Projektschritte, die ich eigentlich später geplant hatte, vorgezogen habe. In diesem Endeffekt eine Serverarchitektur aufgebaut habe, um diese Daten langfristig zu speichern, beziehungsweise etwas automatisierter die Daten noch auswerten zu können. Dabei war aber auch ein weiterer Zwischenschritt von großem Vorteil. Ich habe hier quasi ein klassisches Instrument verwendet, Papier und Bleistift, um einfach einmal die bestehenden Daten zu analysieren. Ich habe hier bestimmte Bereiche markiert, habe für mich Überlegungen getroffen, wie hängen bestimmte Punkte zusammen, habe mir auch die Uhrzeiten aufgeschrieben, zum Beispiel, wann habe ich gelüftet, wann habe ich welche Tätigkeiten durchgeführt, um den Verlauf besser erkennen zu können. Und habe dann aufgrund dieser Erstanalysen dann wirklich Grenzwerte, beziehungsweise Vergleichswerte schaffen können, damit ich erkenne, oder damit ich das Programm erkennen kann, wann wirklich eine Lüftung durchgeführt worden ist, beziehungsweise wann kritische Werte erreicht werden. Oder beziehungsweise welche Werte dann wirklich kritisch sein können. Weiter ging es dann auch in die Richtung, dass ich jetzt nicht unbedingt immer mit einem Development Board gearbeitet habe, wo diese fertigen Stecker vorhanden waren, sondern ich bin jetzt dann in die Richtung gegangen, um die einzelnen Teile zu verkleinern, zu verbessern und habe hier dementsprechend Komponenten gesucht, die einerseits dann die gleichen Daten liefern, beziehungsweise die gleiche Infrastruktur bieten. Vorhin war es halt ein normaler Arduino, im weiteren Sinne ein Arduino Nano, der für diese Funktion des Datenloggings eigentlich ausreichend ist. Stromverbrauch her gering und konnte ich dementsprechend dann auch mobil betreiben, mit Akku-Back und das über den ganzen Tagesworkshop zum Beispiel. Die weiteren Sensoren, was wichtig waren, waren zum Beispiel der CO2-Sensor, beziehungsweise auch Luft- und Temperatursensor, die jetzt nicht spezielle Sensoren sind, sondern wirklich, ich sage es, der DHT22, wenn jemand mit Arduinos und mit Sensoren arbeitet, ist das der gängigste Sensor, der am Markt vorhanden ist und auch der günstigste in diesem Fall. Mit knappen 5 bis 10 Euro, je nachdem, wo man bestellt und wo man erwirbt. Ein Knackpunkt in diesem gesamten Projektverlauf ist jedoch dieser CO2-Sensor, der dann doch um die 50 bis 100 Euro, je nach Menge und je nach Verkaufsort, dann sehr variiert und einen großen Bestandteil der gesamten Infrastruktur einnimmt. Man sieht hier dann noch weitere Knackpunkte. Meine Fehldimensionierung von einem Gehäuse. Man hat zuerst nicht wirklich die Ahnung, wie groß oder wie viel Platz brauche ich. Ich habe zwar diese Teile dann vorliegen, gut, die schauen nicht viel aus. Ich designe zuerst einmal ein kleines Gehäuse, baue die Teile zusammen, kommen dann dementsprechend Kabel und andere Teile noch hinzu und komme dann darauf, es funktioniert nicht in dieser Größe. Also hier war auch ein Punkt dabei in diesem Projekt, wo ich längere Zeit investieren musste, um die richtige Form von diesem Endgerät zu finden. Ich habe mir hier bewusst, vielleicht sieht das auch schon jemand, für 3D-Druck entschieden, um individuelle Gehäuse anfertigen zu können und je nach Bedarf, ob ich jetzt eins mehr oder eins weniger brauche, dann auch sehr schnell einfach drucken kann. Natürlich hätte es eine kleine Schachtel auch getan, wollte aber dann doch in diese Richtung gehen, dass es etwas herzigbar sein soll, weil es doch ein schönes Projekt schlussendlich geworden ist. Das sind die zwei aktuellen Prototypen, beziehungsweise der erste Prototyp, wo dann auch eine weitere Schwäche von mir erkannt wurde. In dem Fall die Positionierung der Sensoren. Man sieht hier den Sensor herauslagen, ganz leicht, um wirklich die Außentemperatur, nicht die Innentemperatur von dieser Box zu messen. Das sind eben Punkte, wenn man damit zu tun hatte, weiß man es. Es notiert komischerweise keiner im Internet, dass das ein notwendiger Bestandteil wäre und dann, wenn man es wirklich einmal durchlaufen hat, diesen Lernfokus oder diesen Lernprozess, dann hat man es dann eh auch schon wieder für die längere Zeit für sich abgespeichert. Diese Gehäuse sind dementsprechend auch im Internet bereitgestellt, wie alle anderen Projektteile. Alle stehen unter der Open-Source-Lizenz und können von jedem dementsprechend auch weiter bearbeitet und verändert werden. Dazu später ein paar Punkte noch. Ein wichtiger Bestandteil von diesem IoT-Projekt war dann doch die Prognose, wann soll ich lüften, wann soll ich nicht lüften. Wir haben immer noch Gründe, das ist immer gut, also wir haben noch keinen kritischen Bereich erreicht. Das heißt, auch die Prognose nimmt die bisherigen Werte und errechnet eine bestimmte Wachstumsrate für die nächste halbe Stunde. Aufgrund der Werte, die ich vorher gesammelt habe. Je mehr Werte ich habe, desto genauer wird auch die Wachstumsberechnung. Man sieht es hier im Vergleich, ganz schwer leider, 19 Uhr ist dieser Punkt, das war die Berechnung von diesem Zeitpunkt bis 19 Uhr. Geht man nun eine Viertel, halbe Stunde weiter, erkennt man, dass die Berechnung oder dass der Trend in die richtige Richtung geht. Also in diesem Projekt habe ich es auch zum Großteil geschafft, eine sehr genaue Analyse durchführen zu können, wann ein richtiger Zeitpunkt zum Lüften ist. So sieht es zum Beispiel dann auch dieser Meilenstein 4 bei meinem Projekt aus. Ich konnte dann Langzeitmessungen durchführen, teilweise bei mir zu Hause über Tage hinweg oder im Büro über Tage hinweg oder je nach Übungssituation oder Unterrichtssituation auch mehrere Stunden und konnte dann später auch diese Daten miteinander gut vergleichen. Zur Erklärung, man sieht hier zum Beispiel auch sehr gut die Anstiege, also mit der grünen Kurve, von den CO2-Werten und die obere rote Kurve ist so gesehen ein oberer Grenzwert. Wenn ich hier die Vergleiche ansehe, zum Beispiel hier 14 bis 19 Uhr ist einmal ein Test gewesen, wo ich jetzt zum Beispiel keine Lüftung durchgeführt habe. Die Luft wurde wirklich extrem stickig im Raum, das auch diese ansteigende Kurve sehr gut visualisiert. Die abfallenden Bereiche zeigen eindeutig die Lüftungen durch, weil durch diesen schnellen Luftaustausch sinkt wirklich in ein, zwei Minuten oder bis zu maximal fünf Minuten der CO2-Wert zu einem normalen Level. Das heißt, es reicht bereits, wenn ich das Fenster ein bis zwei Minuten aufmache in der Unterrichtssituation, wenn ich die Information vorliegen habe, dass ich dann die Teilnehmer wieder mit hausreichem Sauerstoff versorge. Die Finalisierung von dieser kleinen Hardwarebox sieht man jetzt auch hier vorne. Gleich wie oder ähnlich eines Ampelsystems ist diese Multilad geschalten. Ich gehe kurz eine Folie zurück. Auch diese einzelnen geraden Kurven signalisieren oder zeigen nach einem Ampelsystem den Level, den CO2-Level an. Normaler oder zum Beispiel Außenluftgesund, also Frischluft nennen wir es jetzt in diesem Bereich, hat ca. um die 300 bis 400 Parts per Million. Das ist der Wert für die CO2-Messung, also wie viel Verschmutzung bzw. wie viel CO2-Gehalt hat in diesem Moment die Raumluft. Gehen wir im Bereich zum Beispiel hier auf 2000 hinauf oder von 1600 bis 2000, ist schon ein Bereich, wo dann Teilnehmer sagen, Sie haben ein bisschen Schwindelgefühl, vielleicht auch leichtes Kopfweh, Müdigkeit. Das ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Das muss man dann bei den Teilnehmern dementsprechend dann auch individuell eingehen. Ich habe diese Messungen in verschiedenen Unterrichtssituationen durchgeführt und das Bild hat sich wirklich so widergespiegelt. Ich habe sehr aktiv probiert, zum Beispiel diese, machen wir diesen Stoff jetzt noch vor der Pause durch. Das kennt sicher jeder. Ich habe nur noch fünf Folien. Davon kann ich massiv abraten. Ich habe das dann auch bei den CO2-Werten gesehen, dass der Anstieg enorm hoch war, auch rückblickend auf die Aufmerksamkeit der Teilnehmer, die bei Null war und ich eigentlich nach der Pause wieder vor diesen Folien beginnen musste. Das war eine sehr wichtige Erkenntnis, wo ich dann später nochmal kurz darauf eingehen möchte. Ja, zu dem Punkt wechseln wir kurz zu dieser Demo. Ich hoffe, dass die Daten gut mitgezeichnet wurden. Ich hoffe, euch geht es noch gut mit Sauerstoff? Furchtbar. Der Effekt hierin wäre natürlich besser, wenn jetzt da der Raum voll wäre, dann hätten wir hier sehr wahrscheinlich eine stärkere Kurve. Wir sehen es aber dann dennoch, hier diesen Anstieg, wo um 16 Uhr der Vortrag begonnen hat. Ihr seid hereingekommen. Sauerstoff wird verbraucht. Hier dementsprechend auch der Anstieg hinauf. Und die Wachstumsrate wird aufgrund der letzten Werte berechnet, die von 16 Uhr weg aufgenommen wurde. Und wir sehen, dass die Entwicklung nach oben geht. Also, dass dementsprechend, wenn wir länger sein würden, um 18, 19 Uhr ein Punkt erreicht wird, wo wir schon in einen Bereich hineinkommen, wo wir dann schon mal lüften sollten. In diesem Bereich ist es jedoch weitgehend nicht notwendig, weil da die Raumluft sich sowieso auch ständig austauscht. Also, wir würden hier lange überleben, auf gut Deutsch. Die Oberfläche ist auch so gestaltet bei dem Projekt, dass nur die notwendigsten Teile vorhanden sind und auch dementsprechend die einzelnen Blöcke durch die einzelnen Schalter ein- und ausblendbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einem bestimmten Datum, zum Beispiel von gestern, die Daten aufgezeichnet hätte, könnte ich sie zum Vergleich auch einblenden, um diesen zeitlichen Verlauf darzustellen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand immer zur gleichen Zeit Unterricht hat, immer vier Stunden, könnten diese vier Stunden verglichen werden, um zu sehen, wie sich bestimmte Aktionen, bestimmte Änderungen, mehr Lüften, weniger Lüften, mehr Pflanzen, weniger Pflanzen, sich auf das gesamte Raumklima auswirken, im Speziellen auf Sauerstoff und Temperatur. Wechseln wir wieder zurück in die Präsentation mit einem kurzen Blick auf die Systemarchitektur. Im Endeffekt gibt es hier zwei wichtige Komponenten, eben die Sensorboxen, quasi unsere IoT-Hardware, wo die Daten aufgezeichnet werden und über XP-Technologie, über Funk-Technologie zum zentralen Server, hier ein Raspberry Pi mit einem RPE-Display und mit der dementsprechenden Infrastruktur wie Datenbank, wo habe ich Web-Server, Web-Server, dann auch Übertragungstechnologien, um den einzelnen verbundenen Clients die Daten zu senden und über die gleiche Technologie die Daten auch zu empfangen. Es wird auch eine Synchronisation durchgeführt auf einen externen Web-Server. Das ist ein optionaler Punkt, den man freischalten kann, dass man sagt, man hat einerseits den IoT-Server beziehungsweise die IoT-Sensorbox, jedoch wenn man es haben möchte, dass auch externe Personen zugreifen, einen externen Server mit einem eigenen Web-Hosting, wo dann auch die Daten oben liegen. Im Prinzip ist es so aufgebaut, dass die XP-Technologie auch dementsprechend über große Gebäudeinfrastrukturen funktionieren sollte. Das heißt, ich könnte in der Schule einen Server betreiben und dann über die einzelnen Knotenpunkte von Stockwerk zu Stockwerk beziehungsweise auch weitflächig die einzelnen Klassen mit so einer Infrastruktur, könnte man die einzelnen Klassen mit der Infrastruktur ausstatten. Und man hätte jetzt da nur einmal den Server und mehrere Boxen, um eigentlich flächendeckend eine Schule damit zu betreiben. Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Projekt heraus waren im Bereich der Aufmerksamkeit. Man kennt das jetzt, denke ich mal, aus Schule und Studium. Die Aufmerksamkeitskurve bis zu einem bestimmten Punkt hat man hier eine sehr hohe Aufmerksamkeit, die jedoch leider bereits nach wenigen Minuten sehr stark abfällt. Und das kann ich auch dementsprechend mit dieser Sensormessung bestätigen. Das heißt, je länger wir in einer Situation sind, wo uns eigentlich Sauerstoff fehlt, wird dementsprechend die Aufmerksamkeit geringer. Und genau dieser Punkt, wo man immer sagt, bitte legen wir diese Pausen zusammen, den habe ich komplett abgeschafft und sagt, nach 45 Minuten ist für mich der klare Cut-Off, egal wie weit man im Stoff ist oder nicht, dass man hier zuerst lüftet und dann erst die weiteren Themen durchmacht. Das waren eigentlich so diese wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Projekt, wobei es hat natürlich auch Auswirkungen von diesem Projekt gegeben. Es hat jetzt nicht nur dieses IoT-Projekt, IoT-Erklin für mich gegeben, sondern wir haben diese Technologien rundherum in verschiedene Kundenprojekte einbauen können. Das heißt, einerseits die Hintergrundtechnologien in Richtung Websocket oder Messaging Queuing haben wir dann dementsprechend bei, ich sage ganz bewusst, bei Anlagen verwendet. Anlagen kommunizieren mit dem Server, wo dann die Daten dann dementsprechend auch weiter verteilt werden und je nach Menge von Daten diese auch gereiht abgewickelt werden können. Das weitere habe ich auch, dieses Thema in Lehrveranstaltungen einbinden können. Dieses Jahr ganz konkret in eine Lehrveranstaltung der FHI Oneum, wo auch diese Technologie wiederzufinden sind und ein bisschen in Richtung Schwerpunkt IoT geht und sogar in die nächsten Jahre der Schwerpunkt bei uns in der Lehre noch mehr getätigt wird, wo wir dann den Studiengang auch zum Beispiel in diese Richtung hingeleitet haben. Zusammengefasst bei solchen IoT oder Open-Source-Projekten kann man hier drei Punkte ganz klar sage ich mal am Schluss nochmal nennen. Das ist einerseits die Idee an sich, dass man an der Idee arbeitet, die Idee gemeinsam evaluiert, die Idee kontinuierlich bearbeitet, evaluiert, bevor man beginnt zu arbeiten. Ansonsten könnten einfach die Schritte danach umsonst sein. Danach ganz klar einen Weg zur Umsetzung suchen. Da ist jetzt einfach mal ein klarer Hinweis in Richtung verschiedenste Fördermöglichkeiten. Wenn man jetzt da zum Beispiel nicht die eigenen Ressourcen dazu hat, kann man ja auch extern vergeben mit diversen Förderungen. Und der dritte Punkt bei Open-Source-Projekten eben auch vernetzen, austauschen, zusammenarbeiten. Wenn man es nicht selber schafft, gibt es Experten oder andere Personen, die vielleicht schon damit zu tun hatten. Einfach miteinander austauschen und der Community etwas zurückgeben, wo dann wieder weitergearbeitet werden kann. Das sind diese drei Punkte, die ich am Schluss eigentlich noch mitgeben möchte. Wo ich dann eigentlich nur noch sagen kann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, bitte stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Also diese Tabellen nicht speziell, sondern ich habe hier verschiedene Forschungsergebnisse genutzt, wo ich dann auch, ich gehe dann ganz einfach ein paar Folien zurück, wo man es dann sehr gut sieht. Also diese einzelnen Grenzwerte, diese 400, 800, 1200, 1600 bis 2000, habe ich dementsprechend auch von verschiedenen Ergebnissen übernommen und auch dementsprechend noch einmal für mich verifizieren können, dass das auch so übereinspricht. Nein, Sauerstoffgehalt nicht. Also CO2 wirkt sich deutlich mehr auf diesen Faktor aus, als wenn ich jetzt der O2 messen würde. Ist auch ein ganz preislicher Unterschied. O2-Messung würde dementsprechend dann auch, ich habe es nicht genau im Kopf, auch 50 bis 100 Euro kosten. Wenn ich jetzt noch mal so einen Sensor hineinpacke, ist das nicht mehr relevant für die Community. In dem Fall sehe ich schon sinnvoll, weil ich einen Part nicht genannt habe. es sind hier auch aktive Benachrichtigungen vorhanden. Das heißt, ich brauche in dem Fall Push-Benachrichtigungen, wo es aufs Handy gehen. Also ich löse hier eine bestimmte Kette aus, wo ich dann nicht aktiv auf etwas nachsehen muss, sondern nach dem Thema des Internet of Things wirklich benachrichtigt wäre. Ja, aber das Internet geht mir wirklich bis zum Server und ab wann ist es dann Punktnetze mit dem Internet eigentlich nicht so. Sensor-Netz. Und Sensor-Netz, es gibt, also ich sage einmal im deutschsprachigen Bereich beginnt meistens die Definition bei Industrie 4.0 und IoT ist ein Part von Industrie 4.0, im amerikanischen Bereich ist es genau umgekehrt. Ich sage einmal, die Grenzen verwischen es schon sehr. es ist trotzdem IoT, Internet of Things, diese Dinge sind miteinander vernetzt und ich glaube, dass das ein wichtiger Bestandteil dabei ist. Aber ich glaube, da könnte man auch länger diskutieren bei diesem Bereich. Ich habe mal im Prinzip das gleiche braucht dieses letztes Jahr. Ich bin mir das beschäftigt. Ich schaue ungefähr gleich raus auf das Antisystem, ob das bei uns in der Schule oder in der Schule oder in der Schule. Ja? Ich habe die Faszinieraufbau und kann da sagen oder Seiten drinnen. Ich habe sehr entgebracht, sensorenmäßig oder ganz andere. Okay. Ja? Okay. Okay, vielleicht können wir uns im Nachgang noch ein bisschen austauschen. Ja? Ja, ist mir auch bekannt. Okay. Das wäre ein wichtiger Punkt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Ja, das ist richtig. Ja? Ja? Ja. Ja. Ich schicke das von dort, die Not-MCU, habe ich dann eine Platine gemacht und ich schicke das praktisch direkt in den Cloud. Ja, die Wahl in Richtung XP war von mir ganz bewusst betrieben. Ist richtig, also diese Probleme habe ich auch gehabt. Darf man das gerne im Nachgang noch aufschreiben und dann, ja super, ja perfekt, cool. Ja, wäre cool, einmal diese Erfahrungswerte ein bisschen auszutauschen, ja super. Bitte. 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 Bitte.